Hallo und willkommen zu diesem kurzen Info-Video. Ich möchte nur kurz sagen, ich bin ab morgen in einem Praktikum. Dieses Jahr machen wir nämlich bei uns in der Schule zwei Berufspraktika. Und das erste habe ich schon gemacht im Oktober. Und das zweite beginnt ab morgen, also am 2. Juni. Das Ganze wird dann, lass mal kurz nachgucken, bis zum 6. Juni laufen. Das heißt, vom 2. bis zum 6. Juni wird es mir wahrscheinlich nicht möglich sein, Videos hochzuladen. Weil ich da erst um 5. nach Hause komme oder so. Dann müsste ich noch duschen, essen, alles mögliche. Dann aufnehmen, rendern, hochladen und so. Also wahrscheinlich wird kein Video kommen in dieser Zeit. Bisschen scheiße, ich weiß, aber kann man leider nicht ändern. Danach sind ja Ferien bei mir, zumindest zwei Wochen. Und ich denke, dann müssten eigentlich mehrere Videos kommen. Weil da habe ich ja auch mehr Zeit. So, das war es für dieses kurze Video. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Ich würde es gerne ändern, aber es geht leider nicht. Von der Schule vorgegeben, man muss dieses Praktikum machen. Egal, ob man will oder nicht. Und, naja. Ich würde dann sagen, haut rein. Bis demnächst. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020